Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ist Lilith hier? Ja, so wie es der Baum gesagt hat. Der Regen, die Höllenbrot, alles kam aus dem Höllentor unter dem Stadtballast. Sie hat den Weg geöffnet. Wenn sie die Essenz ihres Vaters aufnimmt, ist Sanctuario verloren. Das dürfen wir nicht zulassen. Diese Leichen, so stolz dargeboten, das hat nichts mit dem Licht zu tun. Die Darstellung ist gewollt. Sie wollen ein Exempel statuieren. Er ist hier, in der Stadt. Blutregen, das Zeichen, auf das wir gewartet haben. Entledigt euch, der Schwachen! Er ist hier, in der Stadt. Hört ihr das? Sie haben den Herrn des Hasses erlebt. Mephisto. Was? Das kann nicht sein. Er kommt gewirrte Elias. Er gewirrte Lilith. Überlass das Reden mir. Die Zeit der Prophezeiung ist gekommen, Ritter. Lilith fliegt durch das Tor zur Hölle. Ich werde sie in dieser Jauchegrube, die sie heimaten, enttöten und den Weg zu den Himmeln erfüllen. Alles flügt sich. Ein Speer aus Licht durchschlägt das Herz des Hasses. Ihr, die ihr heute im Kampf sterbt, sterbt Himmeln. Versammelt die Truppen, mein Palast. Wir marschieren auf die Hölle. Und danach? Wie ist euer Plan? Ah, die Horatrim. Ihr jagt immer den Schlachten eurer Meister nach. Aber die Engel brauchen euch nicht. Der Stein, Don. Und wir brauchen die verdammten Engelicht. Solche Anmaßung. Ihr prallt mit einem Fragment dessen, was dies einmal war. Der Weltstein. Beschmutzt von den Händen von Narren. Lilith stirbt durch meine Klinge. So wurde es prophezeit. So wie vorher. Das ändert nichts. Hm. Ich würde sagen, das würde nichts ändern. Unser einziger potenzieller Verbündeter ist gerade mit unserer einzigen Waffe davongelaufen. Was habt ihr jetzt vor? Lilith aufhalten. Egal was dafür nötig ist. Inarius ist verrückt vor Stolz. Wir können uns nicht auf ihn verlassen. Mit Stein oder ohne. Vater, erlöse uns! Ja! Da! Donen, ihr seid zu uns zurückgekehrt. Und nicht allein. Gesegnet sei das Licht. Gemeinsam wird uns der Vater erlösen. Er hat unseren Seelenstein an sich gerissen. Sein ist der Wille des Lichts. Glaubt ihr das immer noch? Wie könnt ihr an uns zweifeln? Nach allem, was wir für euch und Jorin getan haben. Zumindest muss er euch nicht so sehen. Bleib zurück, Brüder. Ruhig. Sünde hat Konsequenzen. Ich vertraue auf die Rechtschaffenheit des Vaters. Wir wollen Lilith aufhalten. Genau wie wir. Unglaublich. Inarius erwartet uns. Am Schlund der Hölle. Unnötig. Der Vater wird sich um Lilith kümmern. Aber eure Armee, euer Volk, sie brauchen Hilfe. Wel? Die brauchen wir auch. Gemeinsam sind wir schneller. Lohrat, die Stimme der Vernunft. Ein seltenes Vergnügen. Sehr wohl. Ihr dürft uns zum Tor begleiten. Hört, Ritter! Der Tag der Prophezeiung ist da! Der Vater wird Lilith in der Hölle töten und seine Gläubigen in den Himmel erheben! Zum Palast! Unruhe. Ich habe kaum noch Energie. Habt ihr was gespürt? Die Erde bebt! Die Erde bebt! Mein Hinterhalt! Von den Dächern! Geht. Wir erledigen das hier. Die Erde bebt! 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 Vernexte sie! Mutter Oberin, das Tor ist versperrt. Haltet die Position. Lohrat, auf ein Wort bitte. Wir können ihr nicht trauen. Ja, aber sie haben eine Armee und wir haben ein gemeinsames Ziel. Für den Moment. Da über dem Tor sieht wie eine Winde aus. Ich kümmere mich drum. Was ihr auch getan habt, es hat funktioniert. Noch ein Erdbeben. Lauf! Die Kette hat die Spannung verloren. Sie muss gerissen sein. Ja. Ich muss eine andere Richtung. Dann hast du liegen. Wir brauchen mehr Zeit. Tö amaan! Oh! 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 Ah! Ich brauche mehr Zeit. Gebissen, aufgerissen und voller Löcher. In diesen Bereichen sind nicht das Werk der Ritter. Das gefällt mir nicht. Die Luft hier ist schwer. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Was war das? Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch bereit. Ich bin noch bereit. Ich bin noch bereit. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch 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 bereit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's. 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 Das war's.